Wir haben nicht auf die gehört, die uns als Ausreden wollten. Die, die in allen nur als Gefährliches sehen. Uns hat's gelangt, jeden Tag das Gleiche zum Tor. Bevor es uns wieder irgendjemand aussehen kann, wenn sie Lederhosen anziehen, sind wir uns im Opel jetzt einfach abgekaut. Hat schon recht. Scheiß euch nix, dann feiert euch nix. Wir sind einfach bei Hild gefahren. Raus von daheim, immer offen für Gespräche über die große Freiheit. The best thing in America is margaritas. I like to run guns, I like to run ammo, money. Wir haben die Freiheit gesucht und eigentlich gar nicht gewusst, was das sein soll. So where are we going now? We are gonna take you to the shooting range. Manche wollen eine Freiheit mit Waffen verteidigen. Das stimmt doch was nicht, oder? Aber wir müssen uns schon auch fragen, ob wir in Wirklichkeit nicht von der Unfreiheit daheim weglaufen. Ich würde mich einfach gerne mal nur wieder auf ein Klo sitzen und nicht irgendwo hinter Haus schreißen oder im Wald. In so einem Road-Movie-Film hat das immer viel cooler ausgeschaut. You must achieve your goal, no matter what. You're crawling on your knees. Finish. Irgendwann haben wir dann total zu uns selber gefunden. Jetzt sind völlig andere Menschen geworden. Bavaria. Really? Where's that? Bis zum nächsten Mal. vẫn whê し다. R. Damit kriege arm verteidigen wir uns noch ein Team, es dein Laufkommen industrielle Legendschurch.